Ich schieße sie, ich kann nur durch. In dir. Oh! Ich tanze mal ein bisschen an der Stange, ne? Also! Mich hat's grad weggebeamt hier unten. Das stimmt verdient. Halt, stopp! Ich stehe hier, wo ich nicht stehen möchte. Hilfe! Hilfe! Oh nein, hier ist einer gefallen! Ah! Hilfe! Ja, wie gesagt, ich habe überlebt. Das finde ich sehr lobenswert. Ja, beiden, aber nicht töten, abzulappen, ne? Nein, das wird man nicht. Hier kannst du runterkommen, ne? Ich hoffe, es ist ein lieber Trader. Kann die mal jemand identifizieren? Wo ist die denn da? Ja, die liegt da unten auf dem Fußboden. Ich glaub, sie hat's weggeschmissen. Au! Äh, no. Schade. Nein, ich bin nicht. Warte, ich bin doch auf den Fass neben dir schießen. Junge, Alter, dann stell mir jetzt fix ne Heal Station hin, Alter. Ey, du bist doch der größte Lauch, den es gibt, Alter. Jetzt mal ohne Scheiß. Das bin ich nicht, Alter. So, schieß auf euch. Ich hab nicht auf sie geschossen, ich hab da auf Scheibe geschossen. Ja, ja, ja. Du wolltest was? Natürlich, Alter, du wolltest mich killen, Alter. Alter, schieß der von da oben auf mich. Ich hab ja alles im Blick, mein Freund. Ich, äh, hier, die Bar ist geöffnet. Die Bar, ne, du schütze ich, oder? Mit meinen, äh, zehn Leben. Wo bist du denn überhaupt hochgekommen? Jetzt da unten brennt ein schwarzer Fleck da, neben dem roten Auto. Da muss ich draufgehen. Da, legt jemand, legt jemand ein Drink? Tut's nicht. Ich hab mich aus Versehen draufgelaufen. Toll dich gerne gehen. Ein, ein Black Label. Black Label. Okay. Also zweimal Black Label. Ohne Eis, ja. Ohne Eis. Ohne Eis. Eis ist zu westlich. Ach, ich nehm die zwei. Bitteschön. Danke. Ich nehm zwei, tut mir leid, Zoller. Weißt du, bin dein Egoist beim Alkohol. Wie, wo Alkohol? In einer Bar. In einer Bar. Ich, ich, ich weiß nicht, ich kann mir nicht helfen. Ich geh von aus, dass das ne Träterfalle ist und das nur der aktive Boy ist. Ach, lauer doch nicht hier auf dein Fleck? Wow! Die Bar ist weiter nicht geöffnet. Ohne, du hast doch auch geschafft. Ja. Ich weiß aber nicht, ob ich dir trauen kann. Ich auch nicht, ob ich dir trauen kann. Wie kommen wir hier wieder runter? Spring. Dann spring mal als erstes. Ne, du springst zuerst. Nix, ja. Zeit. Ich auch. Also wie gesagt, die Bar ist weiterhin geöffnet. Ja, du hast lieber einen, äh, du hast, äh, ne, Zoller ist ja bei dir, oder? Ja, du hast anscheinend Zoller und Weiden als Traitor bei dir. Ne, Zoller ist ja klar, oder? Ach so, ja, dann halt Weiden und Claudia, die sind die Traitor. Weißere, wir stehen hier vielleicht safe. Also ich bin definitiv Eno. Ich bin kein Traitor. Ich bin auch Eno. So, ganz Traitor. Ich trau dir nicht, Portal. Ich steh auch nicht. Da, wo Sala ist, gefällt sie bestimmt. Wir müssen einfach nur noch 5 Minuten 24 hier chillen. Ja, dann lass uns doch chillen. Wenn ich sterbe, ist es Knorr, ne? Das wisst ihr. Ja, wenn ich sterbe, ist es Vorteil. Ganz kurz, ich bin tot, aber Claudi zeig mal, wo ich bin. Ich hab grad gewechselt. Ich hab grad gewechselt. Hast du Warte? Wer ist tot? Weiden. Du bist vergibster. Da gefällt es dir, oder? Ja, 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 gefällt es dir nicht gut. Ich hab dich mal vorsichtshalber erschossen, Portal. Vorsichtshalber, sagt er. Weißer, Port, äh, Port, äh. Vorsichtshalber. Der, der verarscht dich von vorne bis hinten. Sind wir gar nicht, Inno. Natürlich bist du Inno. Ja, wo bist du, Inno? Äh, ich warte auf Kabine 4 bei dir, wenn du willst. Wenn du Bock hast. Hast du Bock? Hast du Bock? Wenn du Bock hast. Da gibt's Titten zu sehen. Ja, ich muss hier nur erstmal irgendwie runterkommen. Einfach runterspringen. Hast du noch mal Titten? Ja. Klar. Na dann komm. Boah. Kabine 4? Das hört sich falsch an. So. Ist doch, ist doch legitim. Ah, scheiße. So ein paar dicke Titten für Weiden? Hm. Warum nicht? Sorry. Ja, ja. Komm rüber. Komm. Tschüss Weiden. Fahr schnell mit dir. Hast du ihn gerade getötet? Ja, hab ich. Das finde ich aber jetzt nicht so nett. Ja, dich muss ich auch noch töten. Finde ich gar nicht nett. Ich aber. Das ist echt nicht nett. Na, wie schmeckt dein Blut? Ganz gut. Ah, fuck. Na ja, hab ich's ein Portal vergiftet, alter. Auf der Hauptsache. Fick dich bitte. Und Salah hat schön den Drink aus der Antik gerappt. Vor allem, Alter. Mika, hast du nicht mit gehört? Wie die gesagt haben, ich bestell ein Black Label. Claudia sagt, okay. Beide sagt, nee, ich bin ein Ego. Und haut den Zug raus. Und griff nicht mit auf den Triften, Alter. Kann nicht wahr sein, Alter. Nee. Natürlich. Natürlich. Weil ich bin vergiftet und der Knurler schießt mich halt einfach. Ja, das hab ich mir auch so gedacht, alter. Ja, das hab ich mir auch so gedacht, alter. Das hab ich gar nicht gesehen. Das hab ich gar nicht gesehen. Doch, das hat er, alter. Ich hab's gehört. Nein, ich hab's nicht gesehen, dass der Portal vergiftet war. Doch, das hab ich, ich bin hochgesneakt. Ich hab mir auch gedacht, dass der Portal immer noch da oben steht. Und er schießt ihn einfach eiskalt. Ja, weil, der hätt doch eh nix mit dem Pappen. Der wär doch eh verregt. Ja, aber trotzdem. Aber das ist ja natürlich von einer komischen Ego. Ja, aber trotzdem.